Moin ihr Lungen, ich hoffe euch geht's gut. Ich hab mal wieder bei meinem Partner Instant Gaming ein Gewinnspiel für euch. Ihr könnt ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Ihr kennt das Ganze ja schon und für die, die es noch nicht kennen, erster Link in der Videobeschreibung. Ihr braucht nur einen Instant Gaming Account, der ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr da mal öfters reinshoppen wollt, hoffentlich über meinen Link, dann braucht ihr den ja sowieso. Und dann klickt ihr einfach nur auf Teilnehmen. Hier könnt ihr auch sehen, was die letzten Jungs und Mädels so gewonnen haben. Und bei den aktuellen Spiele-Releases, die so ausstehen, lohnt es sich, würde ich sagen, doppelt teilzunehmen. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ist, dass es hier Dragon's Dogma für PC, auch für einen Schnappu gibt. Oder auch das ausstehende Elden Ring DLC, wo wir, glaube ich, alle sehr hyped sind. Gibt's auch einiges billiger, von daher gerne abchecken. Erster Link in der Videobeschreibung, teilnehmen. Viel Glück an alle und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir gehen rein. Der Allerechteste. Apo-R-E-D. Ich hab das Video noch nicht gesehen, ich hab nur ein bisschen Kommentare gelesen. Ihr Goofies. Legt kein Auge. Ich hab Future Money am Start. Alles nur Greenscreen. Wir gehen rein. Apo-R-E-D. Der Allerechte. Attacke. So, Freunde, ich hab eigentlich gar keinen Bock auf dieses Video, aber weil die ganzen Goofies da draußen mal wieder so viel Bullshit labern, bin ich verpflichtet, dieses Video zu droppen. Und ich bin hier extra mein Office wieder angesteppt an einem Sonntag. Der erste Punkt ist auch dieses Büro hier, Freunde. Es ist unglaublich, was so viele Leute gesagt haben, Streamer, Leute in den Kommentaren, die sagen einfach, ey, das ist hier Greenscreen. Hätte man denken können. Aber ich hatte gesehen, dass im Hintergrund halt, ne, ein Schiff geflogen ist, äh, ein Schiff geflogen ist, ein Schiff gefahren ist und der Schatten von ihm hat sich auf dem Hintergrund wieder gespiegelt. Deshalb unwahrscheinlicher Greenscreen. Büro sah sehr ähnlich, glaube ich, aus wie von irgendeinem TikToker, ne. Da haben sehr viele dann gesagt, hey, scheint nicht sein Büro zu sein. Kann natürlich sein, dass in dem Komplex die Büros alle copy-pasted aussehen, wenn die halt voreingerichtet sind. Kann ja auch sein, ne. Mal sehen. Greenscreen. Hier, Telefon, Greenscreen. Hier, alles Greenscreen. Kaffee, alles Greenscreen. Und die Aussicht, alles Greenscreen. Digga, die Leute werden paranoid aus dem Greenscreen. Das ist einfach mein Office in Marina, ganz normal. Ja, Red, was soll ich dir sagen? Die Leute werden paranoid. Weil, wenn du sagst, guten Morgen, hast du schon dreimal gelogen. Deshalb werden die Leute, wenn sie deine Videos schauen, paranoid. Ist da jetzt die Öffentlichkeit dran schuld? Oder du, mein Lieber? Dubai, Marina, könnt ihr mal googeln. Das ist einfach real, man. Wenn da jemand Bedenken hat, dann soll er mal gerne vorbeikommen. Einer von den Goofy-Streamern. Traut er sich aber nicht. Kann er wahrscheinlich mal Ticket leisten. Dann haben noch andere jetzt gesagt, bezüglich des Offices, ne. Ja, das gehört auf jeden Fall dem Ferrat. Der Ferrat Dubai. Das ist ein Kollege von mir, sehr guter Freund von mir. Ihr kleinen Klugscheißer. Also will ich schon so auf Klugscheißer machen. Dann guck doch mal ordentlich. Der Ferrat, der wohnt in einer anderen Etage. Wir sind zwar im selben Gebäude, aber der ist auf einer anderen Etage. Und wenn man da genau guckt, das ist ja schon anders. Einrichtungstechnisch ist vieles gleich, aber es ist anders. Und das sieht man noch. Und da denke ich mir so, Digga, sind die Leute irgendwie blind? Sind die Leute irgendwie hohl in der Birne? Das ist halt unglaublich. Nächster Punkt ist der Wagen. Und da kommen wieder ein paar Gute. Unglaublich. Und sagen, hey, der Wagen hat hier so eine Plakette. Das ist ein Mietauto. Da denke ich mir, ey, du kleiner Go. Erstmal miet mal eine G-Klasse Braavos. Miet mal hier in Dubai G-Klasse Braavos. Ja, da streitet man sich auch, ob das ein Braavos ist, ne. Da waren sich die Leute auch eher uneinig. Also eher einig, dass es wahrscheinlich kein Braavos ist. Aber ich kenne mich nicht aus mit Autos. Von daher habe ich da gar nichts zu gesagt. Ich halte sich dumm und dämlich. Ich habe gesagt, ich habe den Wagen wie ein Adam in Bar bezahlt. 440.000 AED. Den haben wir. Das sind ungefähr 110.000, ne. 100, 800, 9, irgendwie so. Und dann kommen wieder diese Guthys. Ja, das ist ein Mietauto. Ja, Digga, wenn es ein Mietauto ist, auch krass. Auch heftig. Was ich mich immer frage, wenn er wirklich das Auto gekauft hat, Bar, auf Tesch, auf Lok, auf Cock, auf Birkenstock, auf Schmiggy, die Schmacke, die Schmockt. Warum bezahlt er dann nicht die Leute aus, denen er in Deutschland Geld schuldet? Warum bezahlt er nicht Karinas Gerichtskosten 2K? Einfach so schnippschnapp. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Das ist immer wieder bei dem Dilemma, ne, Chat, die unendliche Geschichte. Entweder labert er Scheiße. Entweder labert er Scheiße. Oder er hat wirklich, also entweder labert er Scheiße, zahlt den Leuten das Geld nicht. Das ist ja auch insolvent. Oder er ist broke und labert auch Scheiße. Ne, er labert keine Scheiße und schuldet den Leuten Geld, aber bezahlt nicht. Oder, ach der, egal wie man es dreht und wendet, er labert immer. Wenn es gemietet wäre, aber, dass mal wieder diese kleinen Ottos, die wieder gar keine Ahnung vom Leben haben, aber so richtig klugscheißer. In Dubai hat jeder diese... Magst du Red privat? Ich hatte große Sympathie gegenüber dem Double- und Triple-Nuklear-erspielenden Apo-R-E-D und auch den Fortnite-grindenden Red. Habe ich gemocht. Aber diese Zeiten sind lange vorbei. Leider. Finde ich sehr schade. Jedes Auto hat diese Plakette. Das ist ganz normal. Das brauchst du für die Maut, ETC. Das hat nichts mit Mietwagen zu tun. Und selbst wenn es ein Mietwagen wäre, dann zahlst du 3, 4, 5.000 Euro für so einen Wagen. Das kannst du nicht mal nebenbei so kurz payen. Da ist so viel schlauer, so einen Wagen zu kaufen, weil die auch vom Werterhalt auch ganz gut sind. Das ist auch so ein Ding. Ja, also dieses eine Video, wo er da von E-Finanzen geredet hat, das war auch alles ein bisschen... Das haben ja ein paar Leute, die sich da auskennen, ein bisschen analysiert. Und das hat irgendwie auch alles nicht so Sinn gemacht. Vielleicht hätte er da auch eher die Klappe halten sollen, ne? Mit Finanztipps. Ihr seid da irgendwo in einem Kaffee. Ihr seht da eure vier Wände da. Macht eure nicht mal tausend Schritte am Tag. Habt einen richtig depressiven Lifestyle. Aber seid ja besser, wisst ihr über alles, wisst ihr über Dubai, wisst ihr über Afghanistan, wisst ihr über Amerika, wisst ihr alles. Na, ihr habt gar keine Ahnung. Einfach Schnauze halten. Wirklich, besser ist es. Jetzt zum Thema das wahre Kerl... Geil, feiere ich. Es wird mal zurückgestoßen, Chat. Es wird angegriffen. 1,26 Millionen auf dem Tisch habe ich mal raufgeknallt, wie ein Ader. Und dann kommen diese kleinen Goofy-Kinder und sagen, ja, das ist Falschgeld. Digga, wie kann man es euch recht machen? Jetzt mal wirklich, da packe ich einmal mein wahres Geld auf den Tisch, weil ich so smart war und nicht wie die ganzen Goofys da 10 Jahre Steuern gezahlt habe. Ich habe nur bis 2,18 Steuern gezahlt, weil ich einfach ein Fuchs bin. Und habe da natürlich sehr viel Cash an der Seite. So, da zeige ich das in bar. Real Money. Future Shit USDs. Okay? Ich dachte, das waren AEDs. Und ein paar Dollars. Ich glaube, der Typ weiß selber nicht mehr, was er auf dem Tisch hatte. Aber auf jeden Fall keine echten Moneten. Wie kann man es euch recht machen? Bei euch ist alles Greenscreen. Alles ist fake. Der Wagen ist eine Animation. Man kann es euch... Geil! Ja, weil man halt auch dem Typ wegen seiner kriminellen Energie auch zutrauen würde, dass er sogar den Geburtsname auf der Geburtsurkunde gefälscht hat. Der ist rausgekommen und hat direkt den Namen gefälscht, Digga. Den kannst du ja alles zutrauen. Ganz ehrlich, Chat. Jetzt mal ernsthaft. Schreibt es mir in den Kommentaren in die YouTube... Äh, schreibt es mir im Chat, beziehungsweise in die YouTube-Kommentare. Wie sollte er hieb- und stichfest beweisen, dass er nicht broke ist? Kann er das jetzt überhaupt noch? Bro, dem traue ich sogar zu, dass er hier vom Notar beglaubigte Dokumente fälscht, dass er so und so viele Immobilien besitzt. Dem kann man sich gar nichts mehr glauben. Wenn er sagt, der Himmel ist blau, ist es eine Lüge, selbst wenn das vom Notar bescheidigt ist. Das ist einfach gelogen. Außerdem trollt der sowieso nur noch rum, Chat. Wir Goofies. Er hat Future Money am Start, ihr wisst Bescheid. Gar nicht recht machen, weil ihr versucht, immer aus jeder Sache eine Diskussion zu machen, auf Krampf. Und dann, wenn ich euch so eine Wette herausfordere, dann schiebt ihr Eier. Erstmal haben wir das Thema, meine Wohnung. Wenn meine Stories verfolgt, ich seh dir, ich bin da seit Monaten da am Hosieren. Da sind jetzt ernsthaft irgendwelche Folgen... Ich will jetzt nicht einen auf Mega-Allmann machen. Apo Red, ne, falls du die Reactions dir anschaust. Wenn du hier schon einen auf hohe Sprache machst, ne, Hausieren, das hast du schon im anderen Video gedroppt. Da wollte ich jetzt nicht hier einen auf Erbsenzähler Pfennigfuscher machen, ne. Aber Hausieren ist nicht, was du denkst, äh, mit Wohnen. Das ist nämlich Residieren. Mein lieber Apo Broke, äh, Apo Road. Ähm, das, was du meinst mit Hausieren, das ist tatsächlich etwas, wenn du von Tür zu Tür gehst und etwas verkaufst. Und genau so siehst du auch aus, ne. Als ob du mir ein kleines Fitnessprogramm, vielleicht sogar ein veganes, andrehen willst. Oder eventuell auch den Wasserfilter-Staubsauger für 2000 Euro. Genau so siehst du aus, Digga. Vielleicht tust du dich mal ein bisschen umschauen in diesen, äh, ja, in diesen Gefilden. Vielleicht kannst du da die ein oder andere Monete, äh, verdienen. Vielleicht läuft's dann auch wieder mit der Karriere. Wäre so eine Idee. Gebe ich dir auch for free, gratis. Den, den, den Tipp mit. Ich muss nur sagen, meine Wohnung ist ein Hotel. Willst du mich komplett verarschen? In meinem Wohnenkomplex ist kein Hotel, nicht mal ein einziges. Und ich habe doch gesagt, ich habe die Wohnung gemietet. Wenn ich flexen will, wenn ich flexen will, hättest du gesagt, ich hab die Wohnung gekauft. Nein. Ich hab doch gesagt, die Wohnung hab ich für 15.000, was hab ich gesagt? 15.000 Dillen gemietet. Ich habe sogar einen Screechop von der Dubai-App. Da könnt ihr Immobilien abchecken, könnt ihr die kaufen oder mieten. Und da steht es auch, 15.000 Dillen für meine Wohnung. Ja, das zahle ich. Ich bin da am Hoseieren, wenn man die Story sieht, dass ich schlafe da die ganze Zeit. Und ich hab doch gesagt, ich habe die wie ein Adam gemietet. Ich habe die nicht gekauft. Hätte ich sagen können, hätte ich schnacken können. Ich hab da jetzt nicht geguckt, aber irgendwie sind sich alle einig, dass es ein Hotel ist. Gibt's Hotels auch, wo es noch Privatwohnungen gibt? Das ist eher unüblich, ne? Ja, entweder so ein Gebäudekomplex in ein Hotel oder ein Privatgebäude bzw. Privatwohnungen. Beides ist eher unüblich. Kann's aber geben. Hab ich aber nicht. Was machen die Leute und sagen, das ist ein Hotel? Wo macht das denn Sinn? Soll ich da jetzt die ganze Zeit 300 Euro die Nacht für ein Hotel erzahlen? Macht doch auch gar keinen Sinn. Warum aus jeder Sache wieder unnötigte Diskussionen machen? Es ist einfach eine Wohnung, ganz normal. Warum jetzt so wieder diese unnötige Rumgeschnacke? Man sieht doch offensichtlich, dass es kein Hotel ist. Das hat doch einen Schnitt von einer ganz normalen Wohnung. Von einer freshen, super knackigen Wohnung. Ich bin schockiert. Aber es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer, Freunde. Ich könnte jetzt auch auf so viele Punkte eingehen, auch von diesen Goofy-Streamern. Aber ganz ehrlich, ihr wisst ja, ich mag ja kein Name-Dropping. Für mich sind das einfach so NPCs. Ich, am Ende des Tages, ich leb einfach den Lifestyle. Der hat sich das alles reingezogen. Ich hoffe, schön mit Dingen. Mit YouTube Red hat die Werbung auch gekickt. Dann kommt doch mal noch, Dobi. Dann holt euch mal so eine schicke Wohnung, wo ihr 15.000 Dillern zahlt. Dann mietet doch mal kurz in die Geklasse 500 Euro am Tag. Ich gebe auch für ein Schwein. Ja, Red. Wir könnten wahrscheinlich das auch alles mieten. Vielleicht sogar fünf Autos am Tag. Vielleicht sogar zehn Wohnungen auf einmal. Der Unterschied zwischen uns und dir ist, wir würden es den Leuten nicht auf die Nase drücken. Und weißt du auch warum, Apo, R-I-D, der Allerechte? Weil die Leute, die uns zuschauen, sind teilweise normale, hart arbeitende Bürger. Und der Staat nimmt denen alles weg, die Luft zum Atmen. Einiges läuft schief, weil die Clownsnasen in der Politik das Geld sonst wo in der Weltgeschichte rumschenken. Und da braucht nicht noch der Rich-Influencer aus dem Kinderzimmer-Streamer, der 10, 15k im Monat verdient, denen aufs Auge drücken, was er für einen Baba-Wagen fährt und was er für ein dickes Hotel mietet. Das ist von vielen Leuten tatsächlich nicht der Vibe. Das ist dein Lifestyle. Und du hast ja gesehen, was das mit deinem Image und mit deinem Werdegang gemacht hat. Nur mal so zum Mitgeben. Ja, viele von uns könnten sich das auch leisten. Und ich glaube mittlerweile auch mehr wie bei dir. Wage ich zu behaupten. Adam, so für meinen Lifestyle aus. Und ihr kleinen Goofy-Streamer, ihr seid da, wie gesagt, in eurem Kinderzimmer. Mama? Mama? Kein Kinderzimmer, Chad. Glück gehabt. Mich meint er nicht. LEDs? Keine LEDs? Glück gehabt. We safe. Übergewichtig. Die meisten von euch ekelhaft. Und dann redet ihr über Apo, E, E, D, der so lebt. Ganz chillo. Alles Greenscreen. Alles. Jetzt höre ich es aber. Ich höre sie. Die Lüfter von Mimi. Oh mein Gott. Da ist er. Der Renderrechner. Er dreht hoch. Mimi 12 ist in der Mache. Also die Ansage, die lässt Mimi nicht auf sich sitzen. Die Lüfter drehen hoch. Dann redet ihr über Apo, E, E, D, der so lebt. Ganz chillo. Alles Greenscreen. Alles fake. Also von der körperlichen Verfassung, da könnte man sich hier und da, ähm, ja, was abschneiden. Aber der Mann arbeitet ja auch nicht, ne? Sondern der lebt ja auf dem Staatstasche, wie wir wissen. Bezieht ja Hartz IV und Wohngemeinschaft in Deutschland. Der hat halt auch den ganzen Tag Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen, ne? So ist das halt. Alles KI, euer Kopf. Digga, so viel Front wollte ich einfach gar nicht, aber das ist einfach so. Man kann halt schon immer viel kontern, ne? Ist einfach, Digga, ihr braucht Detox. Euch geht's nicht gut. Fassiert euch mal mehr auf euch selbst. Ja, also Re-Rap. Ein bisschen was machen kann man immer an Ernährung und Sport. Sporti-Morti. Das ist mein Sport. Ernährt euch mal gesünder. Bewegt euch mal ein bisschen mehr. Da hat er recht. Ich brauche mal coole Sachen. Aber pinkelt mir nicht ans Bein, die kleinen Goofies. Wie? Ich irgendwie feiere das, das ist aktuell. Richtig. Piep, 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 die Schüsse verteilt. Ich feiere 3-Rap. Das ist für mich P-Comedy. Ihr Ghost-Chat. Was auf jeden Fall mit dem Video. Geil. Lasst euch auf jeden Fall nicht von diesen kleinen Goofies manipulieren. Bleibt am Start, Freunde. Okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Die Tage kommen, richtig knackiges Video. Ich hoffe wieder auf ein paar Kryptobörsen-Trading-Tipps. Für die erste Million. Ich bin gespannt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wichtiger Nachtrag. Thema, das Cash auf dem Tisch. Da meinten ja viele, boah, das ist doch fake. Das ist gerade eine Serie Nummer. Das ist Monopoly-Geld. Natürlich. Alles Monopoly-Geld. 600.000 Rags gerade auf dem Tisch. Okay. Mehr, als ich für mein Lambo gezahlt habe. Da kann man ja gerne hier gucken. Hier bei gutem Licht. Schaut euch das hier an. Hier der Hase am Funkeln. Die Serie Nummer. Hier, bitteschön. Bitteschön. Jeden einzelnen Schein kann man gerne abschecken. Alles Spielgeld. Alles Monopoly. Alles Fake-Arino. Ja, dir würde ich sogar zutrauen, dass du da irgendwie ein Immobilienverwalter bist. Oder irgendwie, es gibt doch so Leute, die passen auf Häuser beziehungsweise Wohnungen auf, während die anderen Rich Guys gerade im Ausland sind. Und dem traue ich sogar zu, dass er den Tresor geknackt hat von einem dieser Buden und jetzt auf Lock ein Video dreht mit dem Money von jemand anderem. Dem traue ich alles zu, Bruder. Alles. Alles. Und das ist mal wieder so eine Sache. Oder zur Bank und erstmal einen dicken Kredit genommen, um mit dem Geld zu flecken. Kannst niemandem recht machen. Das ist so dieses, ähm, das ist eigentlich irgendwie voll perfide Chat. Guck mal. Wenn jemand von euch 200.000 auf dem Konto hat und eine Dreckskarre fährt, denken die Leute, der Typ ist broke und arm. Wenn du aber die dicke Karre fährst für 180.000 und nur 20.000 auf dem Konto hast, denken die Leute, du bist rich. Das ist doch eigentlich verrückte Zeiten, in denen wir leben. Monopoly, alles Fake-Rino. Und das ist mal wieder so eine Sache. Man kann es niemandem recht machen. Waren das jetzt eigentlich Dirim oder Monopoly? Äh, nicht Monopoly. War das jetzt Dollars oder Dirim? Da wird mir so eine Geldgeilheit vorgeworfen, weil Leute sagen, oh, Red, warum dürfen wir erst nach 48 Stunden die Reactions hochladen? Du bist geldgeil. Digga. Mich juckt YouTube gar nicht. Ich brauch's nicht mal. Ich poste ein Video, weil ich Bock habe. Es kann 20 Minuten sein. Es kann drei Minuten sein. Ich bin kein Goofy-Streamer, der auf Krampf jetzt jedes Video über 8 Minuten halten muss und mehr Cashflow verdient. Dieses Video aus Prinzip unter 8 Minuten. Aus Prinzip. Weil ich drücke... Warte, es wird kontrolliert. Alter, er hat nicht gelogen. Unter 8 Minuten. Er hat nicht gelogen. Ich bin grad fassungslos. ... drauf. Und ich würde wahrscheinlich ein Drittel dann so viel verdienen, aber es juckt mich nicht. Und jetzt kommt die gelbe Karte. Die gelbe Karte. Aus Prinzip. Jetzt nicht nach 48 Stunden dürft ihr das hochladen. Jetzt 72 Stunden. Ihr Goos! Ihr wartet noch einen Tag länger. Aus Prinzip ist das geil. Platin. Platin, sag ich. Future Money mit der gelben Karte. Unfassbar. Gelbe Karte. Leute, lasst ein Like da. Lasst euch nicht verarschen. Lasst euch nicht manipulieren. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Der Wahnsinn, Digga. Oh. Future Money, Chad. Future Money. Hey, ohne Witz. Ich hoffe, ich hoffe auf regelmäßigen Content. Oh ja. Ziemlich ausgeglichenes Like-Verhältnis. Es stabilisiert sich langsam wieder der Aal. Das ist wirklich Peak-Comedy für mich. Geil. Da freut sich der Kater. Da freut sich wieder YouTube. 72 Stunden Reaction-Sperre. Unfassbar. Es ist wirklich... Ist das geil. Oh Mann. Warum ist dein Kaffee im Wasser, Kocher? Keine Ahnung, Digga. Einfach mal liken den Aal. Ah.